Aus den Schlitten vor den Haus steigt der Weihnachtsmann heraus. Perleberg. Am 13. Dezember eröffnete Bürgermeisterin Annett Jura zusammen mit Kindern der Rolandstadt den diesjährigen Weihnachtsmarkt auf dem Großen Markt. Der Perleberger Weihnachtsmarkt gilt als größter des Landkreises Prignitz. Noch bis zum 17. Dezember kann er täglich von 10 bis 22 Uhr und am Freitag und Samstag von 10 bis 23 Uhr besucht werden. Bis zum nächsten Mal.